In diesem Video geht es um die besten Brotbackautomaten. Der Qualitätssieger in unserem Brotbackautomat-Test geht an den Calm Du Brotbackautomat. 15 foreingestellte Programme passen ihre verschiedenen gebackenen Küchen aus Ost und West an, einschließlich Brot, Sandwich, Kuchen, Glutenfrei, Dessert, Teig, Marmelade und so weiter. Oder verwenden Sie das DIY Home Made, um andere Geschmäcker anzupassen. Kreieren Sie mit drei Leibgrößen von 500 Gramm, 750 Gramm oder 1000 Gramm und drei Krustenfarben hell-mittel-dunkel das perfekte Brot für jeden Anlass. Gleichmäßige Textur und ausgezeichneter Geschmack 15 Stunden Verzögerung Start-Timer, eine Stunde automatische Wärmespeicherung, 10 Minuten Wiederherstellung nach Stromunterbrechung. Geben Sie einfach Ihre Zutaten in den Brotbackautomaten und fertig. Wachen Sie mit einem köstlichen frischen Frühstück auf. Das innovative Heizrohr 360 Grad umgibt den inneren antihaftbeschichtete Keramikeimer und backt gleichmäßig auf und ab. Gemachtes Brot ist weicher und hält mehr Nährstoffe. Die Brotbackmaschine aus Edelstahl verfügt über ein intuitives LCD-Display, einen Drehknopf und einen tragbaren Griff für eine einfache Bedienung. Mit Glasfenstern können Sie die Situation während des Backvorgangs beobachten. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Rommelsbacher Bar 550. Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl, hinterleuchtetes LCD-Display, automatisches Zutatenfach für Nüsse und Früchte. Für zwei Brotgrößen 700 Gramm oder 900 Gramm, Bräunungsgrad in drei Stufen hell-mittel-dunkel einstellbar. Separate Taste für manuelles Backen, 13 Stunden Startvorwahl. Warmhaltefunktion 60 Minuten, Sichtfenster, herausnehmbare 2 Liter Brotbackform mit abnehmbaren Knethaken und hochwertiger 3 Lagen Antihaftbeschichtung. Inklusive Messbecher, Dosierlöffel, Haken zum Entfernen des Knethakens. 13 Programme für vielseitigen Genuss. 6 Programme zum Backen unterschiedlicher Brotsorten, ein Spezialprogramm für glutenfreies Brot, 2 Programme für Kuchen, je ein Programm zum Rühren bzw. Kneten von Teig, ein Programm zur Herstellung von Konfitüre, ein Programm frei programmierbar, für individuelle Rezepte. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Brotbackautomat-Test ist der Prinzess 152009. Flexible Kapazität von 680 bis 900 Gramm für 8 bis 14 Scheiben Brot. Täglich frisches Brot dank Digital-Timer und Warmhaltefunktion. Sicher im Gebrauch dank wärmebeständigem Gehäuse und Überhitzungsschutz. Leicht zu reinigendes Backblech mit Antihaftbeschichtung. 15 voreingestellte Backprogramme und ein glutenfreies Programm. Lieben Sie auch diesen einzigartigen Geruch von frisch gebackenem Brot in der Bäckerei. Mit dem Prinzess 152009 Brotbackautomaten können Sie diesen Duft nun jederzeit auch zu Hause genießen. Im Gegensatz zu echten Bäckern brauchen Sie aber nicht vor dem Morgengrauen aufzustehen, um mit dem Backen anzufangen. Sie geben die Zutaten einfach am Abend in die Brotbackmaschine, lassen ihn über Nacht seine geheimnisvolle Arbeit verrichten, und wachen morgens mit dem Geruch von frischem Brot auf. Der perfekte Start in den Tag. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.